Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 der Phantomschmerz. Ich bin Uni und ja, wir machen mal weiter hier die Mission. Skull Face, äh, Kontaktieren. Ich frag mich nur, ob ich gleich nicht failen werde. Ich hab keine Ahnung, wie ich dann durchkommen sollte ich das Tor. Ohne, oh naja, du könntest wieder Stealth benutzen, wie ich es eben schon gemacht habe. Oh? Gut, ich muss mich jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Eigentlich. Extraction. Extraction. Arrive to the Mother Base. Was? Folgt der mich oder was? Was ist der denn nicht? Hm. Du siehst mich aber nicht da gerade, du 31 Meter. Ja, ich schließe erst mal, du 31 Meter. Was ist denn hier auch irgendwie oben drauf oder was? Ich könnte ja eigentlich mal... Wo ist der Wechsel? Nö, nö. Ja. 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 Hm. Ich mach mal das. Oh, das ist ja eigentlich eher aufwärtserregend. Hm. Das ist wichtig. Es ist wichtig. Was ist nix los hier? Keiner da. Keiner ist gekommen um euch irgendwie weh zu tun. Ich glaube ich sowieso. Seine Fahrt ist gekommen. Lass den Skullface wegkommen. Stopp ihn am Heliport. Was ist das? Oh, guck mal wer da hängt. Das komische Kind da. Kann ich nicht mehr scannen? Was ist das? Sohle Anthroposik ist irgendwo drin. Erstmal machen wir Kontakt mit Skullface. Nicht ihn noch nicht. Wir brauchen ihn zu sprechen. So eine Waffe habe ich gar nicht mitgenommen glaube ich. Aber ist egal. Sohle Anthroposik. Und diese Waffe wird dich immer noch nicht verletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir beide sind Dämonen. Unsere Humanität wird nicht zurückkehren. Du, ich... Wir haben keinen Ort zu gehen, keinen Ort zu schrauben. Und das ist deswegen, dass ich dir meine Dämonen zeigen werde. Follow me, Big Boss! Na gut. Oh, die erschießen mich jetzt nicht. Ich höre dir. Das ist unser Leverage gegen ihn. Unser Deterrent. Er will keine Krieg auf seinen Händen. Was der Navajo dir gesagt hat, nur eine mögliche Lösung, von Cipher. Meine Wille ist anders. Ich habe dich seit deinem Zeitpunkt an Langley. Ich bin lange der anderen Seite von deinem Korn. 1964, Sobeid Territory. Vox's erste Mission. Any mess you made, ich war da, um es zu schrauben. Ich habe dich nicht gemacht. Du hast deine Aufgabe gemacht. Und wundervollt. Die Informationen, die du zurückgegeben hast, war viel mehr als genug, um unsere Hände zu verbrechen. Mit dem, unsere Zukunft wurden, eher oder weniger, in der Stauber. Wie ich die Kamera positioniere. Oder eher ein Achtung auf der Welt. Aber die Amerikaner ist das All. Die Amerikaner ist ein Land der Freiheit. Ein Mitglied der Immigrant. Insofern von einfach zu assimilieren, ihre Bürger leben neben anderen. Seine Routen sind sehr diversas. Die Amerikaner hat nie einfach nur eine Runde gemacht. Aber er hat versucht, eine gewisse Worte für sie. Für sie und von sie. Die Idee, dass jeder Bürger, die freiwillig sein, um sich hinter ihrem Land zu sein. Unilateralismus, wie das, kann nicht zu einem Einzelnen. Also, die Amerikaner hat ein System, der benutzt Informationen, für die Selbstbewusstsein. Unabhängig. 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 Ein Sch revisiver. Ein Schuh 버� emerúp. Ein Schauspieler wurde. Unabhängig. Das geht. Er kann nicht verstehen seine Wille. Ich verstehe. Ich bin in einer kleinen Stadt. Ich war noch ein Kind, als wir von Soldaten waren. Soldaten. Torn von meinen Eltern, ich war für ihre Sprache zu sprechen. Mit jedem neuen Post, meine Mäste hat sich verändert, mit den Worten, die mir gemacht haben. Die Worten sind ... Mit jedem Veränderungen, ich auch verändert. Meine Gedanken, meine Persönlichkeit, wie ich richtig und falsch gesehen habe. Die Krieg verändert mich. Und nicht nur meine Sprache, die Worten können mich verletzen. Ich wurde von Worten verletzt, die Worten in mir verletzten. Ein Philosophiker sagte, es ist keine Nation, wir haben, sondern eine Sprache. Keine Fehler. Unsere Stadt, ist unsere true Vaterland. Meine Vaterland. Meine Wahrheit wurde von mir verletzt. Und so war meine Vergangenheit. Alles, was fehlt, ist die Zukunft. Und meine, ist die Vergangenheit. Auf diejenigen, die auf die Worte von ihren Mannen verletzten. Das ist das, was ich aus dem Major. Und dann hat es mich. Es war er, der, der, mich fühlt. Er und die Kode, die er gewählt, als Basis für Kontrolle. Kode. 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 Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is evil. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again. Reclaim their past, present and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca. The world will be torn inside. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of mutants. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together. Inequality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his name. People will swallow their pain. They will link lost hands. And then the world will become war. This war is peace. Yes. Ich weiß es nicht. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Dann sind wir nicht da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wäre doch jetzt perfekt die Gelegenheit. Das würde ich jetzt machen, mich küssen oder was? Lieber nicht. Eieiei, was sehe ich da? Wir sind hier. 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 hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. hier. Wir sind 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 hier. Tschüss.